Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi. Geht. Brecht Ihren Kampfgeist. Hey! Das wird lustig. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Ich bin Harunobu Adachi. Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Ich bin Harunobu Adachi! Ich bin Harunobu Adachi! Mishrt! Seien! Im Harunobu Adachi! Samurai! Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feindlinge verdienen keine Gnade. Keine Gnade! Feuert rein für Tsushima! Antritt! Na geil. Nerf! Wir holen uns den Kopf des Abführers! Der Antritt flieht! Bringt ihn zur Strecke! Das arme Pferd! Ich brauche euch bei mir! So viele Verluste! Wir müssen weitermachen, Fürst Sakai! Auch wenn es uns das Leben kostet! Wie ihr befehlt, Fürst Shimura! Männer! Wir müssen den Abführer erledigen! Männer, mir nach! Mehr Magaulenwunde! Leg sie nieder! Kauko! Danke, Sie! Kauko! Was ist das? Ich habe es geschafft. Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den mongolen Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Dort, der mongolen Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Okay. Ich bin bereit, Onkel. Ich bin Kothun. Vetter des Kublai. Enkel des Genghis. Bruder. Ihr seid ein Krieger. Das kann ich sehen. Ihr wurdet hier für ausgebildet. Und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft. Aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache. Eure Tradition. Eure Glauben. Welche Dörfer, welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Und das ist das. Eure Dörfer. Eure Dörfer. Ich bin bereit, mit der Enkeme. Aber das Kuchner wird schondepth. Wir haben bereit. Aber das ist ein paar Worte. Ich bin bereit. Aber das ist einfach nur die Kuchner. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020